Ich hatte eine große Tätowierung vor mir, die 20 Stunden gedauert hat. Was konntest du mit der Selbzeit machen? Wozu hast du das benutzt? Um eben halt bei der Tätowierung komplett den Schmerz abzuschalten. Wo hast du dich da tätowieren lassen? Am linken Oberschenkel, komplett den linken Oberschenkeln. Das ist also schon eine relativ empfindliche Gegend. Kannst du das mal kurz zeigen, wie du das machst, wie du den Schmerz ausschaltest? Ich habe anhand eines Codewortes die Möglichkeit, die sogenannte Körperstelle komplett taub werden zu lassen. Und könnte es jetzt hier an dem linken Oberarm mal demonstrieren. Ja, die Stelle ist sozusagen jetzt komplett taub und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel weitergebracht, die Tätowierung fertig zu stellen. Und ich werde mich weiter tätowieren lassen. Danke.